Wie versprochen Teil 2 zu Philips Frage zum temperaturgeführten Transport auf Krone Profi Liner & Co. also ohne aktive Fahrzeugkühlung und diesmal kühlen wir mit Trockenreis. Trockenreis wird wie hier bei Co-Solution in Rheinberg hergestellt, in dem unter Druck verflüssigtes CO2 wieder entspannt wird. Und bei diesem Prozess wird eine Teilmenge des CO2 verdampft und die für die Verdampfung des Kohlendioxid erforderliche Energie wird dem Rest entzogen und kühlt ihn so ab. Und dabei entsteht gefrorener Kohlensäure-Schnee, der dann in die gewünschte Form gepresst wird. Trockenreis ist also festes CO2, das bei einer Temperatur von minus 78 Grad Celsius sublimiert. Sublimieren heißt, dass es gar nicht erst schmilzt, sondern direkt vom festen in den gasförmigen Zustand übergeht. Die Kälte ist also sehr schnell verfügbar. Ihr dürft auf keinen Fall mit trockeneisbefüllten Behältern gasdicht verschließen, denn das entstehende CO2-Gas erzeugt schon mächtig Druck. Daher werden die Thermobehälter mit speziellen gasdurchlässigen Türdichtungen gebaut und dann rauf damit auf den KRONE Profi Liner und ab zum Kunden. So viel zu Philips Frage. Und wenn ihr noch andere Fragezeichen habt, dann gerne her damit. Bis zum nächsten Mal.